Und kommen hier raus, genau. So, dann gehen wir uns jetzt auch noch schnell das Master-Schwert holen. Ciao, Mann. Ist hier ein Eingang in die verlorenen Wälder? Müsste doch eigentlich nichts sein. Du scheiß Biene, was willst du von mir? Ja, jetzt gehst du natürlich sterben. Jetzt, wo ich die Büsche kaputt schlitzen wollte. Geht es hier in die verlorenen Wälder? Ja, natürlich geht es hier in die verlorenen Wälder. Schlitz. Oh, ja, klar, Bombe. Geil. So, dann suchen wir uns doch mal den Weg zum Master-Schwert. Guck mal, der ist auch schon gleich hier. Äh, nee, der ist doch nicht hier. Ähm, wie sieht es denn aus mit Herzteilen? Da brauchen wir noch drei. Das ist schlecht. Alter, du scheiß Krähe, Rabe, Ficken, Ding. Was, was weiß ich, ey. Geht's da nebenzu, Master-Schwert? Master-Schwert! War hier nicht der Pilz? Dieser, dieser Stinkboll-Stinks da? Doch, das war hier. Ich geh schon wieder gleich drauf. Master-Schwert, warst du hier? Oh, ja, es war hier. Hallo, ihr lieben Tiere. Ich bin es, der Schlachter. Denn ich hole mir jetzt das Master-Schwert. So, ich muss jetzt erstmal was trinken. So, jetzt haben wir das blinkende Master-Schwert. Link, ich bin es, Sahas Rala. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Master-Schwert errungen hast. Wie habe ich denn damit gesprochen? Habe ich denn so gesprochen oder so? Oder so? Ich glaube, dass du mit diesem... Nein, das ist nur das Master-Schwert. Glänzenden Schwert. Die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Jo, Mann. Ihr seht, wir haben eine geile blaue Klinge. Hallo, Tiere. Die einfach einen viel cooleren Sound macht. Und wenn wir volle Herzen haben, die wir jetzt natürlich aus Demonstrationsgründen nicht haben, schießen wir mit dem Ding. Link, hilf an die Burgwahren und drängen in die Kathedrale. Ah, das war zwar der Pfarrer, aber das ist mir egal. Dann gehen wir doch einfach dem Arschloch aus dem Weg. Oh, Scheiße. Oh, nein. Fick dich, Mann. Oh, ja. Ha, ha, ha. Schlitz. Ja, jetzt müssen wir zur Kathedrale. Unser nächstes Ziel ist klar. Und dann kommen wir schon zum nächsten Kapitel. Ich könnte aber erstmal... Ne, hier war keine Feenquelle. Weil ich hab mir eben so gedacht, ich kann mir erstmal so ein paar Feen holen, aber das wär ja Unsinn. Das wär totaler Unsinn, weil das wollt ihr nicht sehen. Ihr wollt jetzt sehen, wie ich nen geilen Zauberer hier abknalle, ne? Tja, und ihr braucht jetzt auch nur noch einen Treffer. Und wenn ich mich dumm anstelle, brauche ich auch nur noch einen Treffer. Geil! Sind hier irgendwo Herzen? Ich glaube nicht, nicht, nicht. Warum? Sind ich schon wieder? Ah, da hinten war aber ne Fehler, könnte ich nicht mal heilen. Warte, die war doch hier, oder? Irgendwo war die doch. War die hier? War doch hier irgendwo in der Nähe, oder? Ja, die war doch hier. War die hier? Ja, man, leck mich. Einfach, einfach mal am Arsch lecken. Ne, hier war was anderes. Oder war hier ne Feenquelle? Ich glaub, hier war ein Diebesversteck, oder? Ne, hier war irgendwas anderes. Hier war ein Herzteil. Bestimmt. Ja, da sind auch schon die Burgwachen. Yeah, man! Episches Schwertduell! Episches Schwertduell! Okay. Episches Schwertduell beendet. Ich muss mal deutlicher reden. Scheiße! Priester, was geht denn? Link, du kommst eine Sekunde zu spät. Verdammt! Ich konnte es nicht verhindern. Zelda, die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung! Er wurde zu Gott berufen. Das ist cool. Ey Pfarrer, mit deiner letzten Lebensenergie hättest du mich wenigstens heilen können, du Penner. So, und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg nach Vatania City. Ah ne, wir machen uns nicht auf den Weg nach Vatania City. Wir machen uns auf den Weg. Was? Wir machen uns auf den Weg zu Aghanim! Zum Burgturm! Schlitz! Und dann beenden wir das Game! Ja, wir beenden das Game! Däh! Wir beenden das Game, aber ich will Herzen vorhaben, um den Part in die Länge zu ziehen. Ja, ja! Das ist geil! Das glaubt ihr kaum! So geil ist das! Das, das, das! Äh, wo war Schloss Hyrule nochmal? Da unten! Ihr seht den Totenkopf! Okay! Totenkopf! Dann gehen wir doch zuerst hier lang! Genau hier entlang! Aber das, das, äh, den Herzcontainer von dem Endboss hab ich eingesammelt, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr, ich glaub schon! Ja, ich bin müde! Entschuldigt, dass ich müde bin! Äh, noch ein halbes Herzen, ich kann schießen! Äh, der kann auch schießen! Glaub ich mal, weiß ich nicht! So, wir nehmen natürlich den Seiteneingang, weil wir cool sind! Da oben steht auch schon, ja geil, ich mach mal pumpen, Alter, den hab ich gesehen! Ja, genau! Wirf dein hässliches Hakenkreuz-Sperrteil auf mich! Hinein in die Burg! Ja! Scheiße, ja klar! Durch den Einrennst du durch und wir stehen da so einfach so... Und jetzt schießen wir rum! Geil, oder? Schloss Hyrule, zweiter Besuch! Ich hab ne MG, Mann! Ich geh gleich hoch zu dir, Aghanim! Ich töte dich! Hey, scheiße, Mann, was ist denn hier? Ich will euch töten! Der Schuss braucht so viel Treffer, wie ich zum ersten Mal gebraucht habe. Mit meinem ersten Schwert. Ansonsten, äh, um die Hälfte, glaub ich, ist der Schaden jetzt. Also, ich hab meinen Schaden verdoppelt. Wir sind falsch! Mit dem blauen Schwert, außer ich schieße mit denen. Dann ist es der Schaden, den ich mit dem ersten Schwert mache. Na, weißt du nicht, wo's lang geht? Kannst mir mal ne Karte geben, du Penner! Ich will da raus. Ich hab immer noch ne MG, leg dich nicht mit mir an. Jetzt wird auf Distanz gekämpft. Und zwar ohne Bogen. Hier geht's raus. So, und das Master-Schwert brauchen wir hier für... Für den bösen Bann des Zauberers. Ja! Tiefer in die Burg hinein! So, und jetzt geht's erst richtig los, Freunde. Jetzt der letzte Tempel. Oh, Scheiße! Den Endgegner! Der Endgegner aus dem Verlies! Wir töten ihn. Ganz einfach. Mit unserer MG. Unserer blauen MG. Oh, Scheiße! Was seid ihr denn? Einen Schlüssel! Seht ihr, die Kraft ist... Master-Schwert! Ist geil, das Ding, oder? Richtig geil. Ja, ich hab auch verdammt viele Rubine. Ich kann mal wieder was einkaufen gehen hier. Kommt jetzt noch jemand? Und... Ah, nee, wir mannen, das ist cool. Wir mannen, das sind dunkel. Wer will noch aufs Maul? Was ist das mit euch? Ich brauch noch einen Schlüssel. Das ist nicht geil, Mann. Das ist überhaupt nicht... Kaka, geil, 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 nanananananananananananananan. Dann müssen wir da außen rum. Ein kleiner Stoßel. Ist hier noch was drin? Ja, Herz brauche ich nicht. Ist egal. Wie viele Herzen haben wir eigentlich? Neun zähle ich. Ah, noch ein Herz. Das wir durch das Herzteil erreichen. Da hätten wir zehn. Die volle Anzahl an Herzen. Um das Spiel zu beenden. Naja, gut. Dann fehlen uns eben noch drei Herzteile. Was soll's. Dann haben wir das Spiel eben nicht zu 100% gespielt. Ah, nein. Ich kann meine MG nicht mehr benutzen wegen dir. Du Arsch. Gib mir ein Herz. Ja, MG-Power. Ich werde dich töten. Freund. Wenn ihr euch wundert, wieso wir so viele Items nicht haben, das sind alles optionale Items, die wir uns hätten holen können. Das aber nicht getan haben, weil ich keine Lust hatte, noch fünf Parts durch Hyrule durchzulaufen. Und dann beenden wir jetzt gleich das Spiel. Das finde ich verdammt geil. Schon wieder ein so kurzes Let's Play rum. Kannst jetzt mal wieder hell werden. Ja, dankeschön. Oh, du hast den Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Du hast das Schlüsselschwert. Ja. Geh rein mit dir, du Penner. Scheiße. Du Arsch. Ah, voll in die Eier. Hör gut zu, Link. Selbst mit dem Mausenschwert kannst du den Zauberer nicht bezüglich. Was? Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Warum sagst du mir das jetzt erst? Dann wäre ich erst gar nicht zu dem gegangen. Aber das heißt, der Zauberer wartet nicht mehr. Er ist nicht mehr weit entfernt von uns. Wir können ihn vernichten. Ja, vernichten. Ich will vernichten. Klar. So, jetzt hätte ich aber gerne noch ein paar Herzen. Gibt es ja keinen großen Schlüssel oder so. So karte Kompass und so ein Scheiß. Wäre schon cool. Das ist immerhin der letzte Tempel. Ah. Kacke. Ja, klar. Nochmal die ganzen Gegner, Mann. Jetzt, Aganim, bist du tot? Sechster Stock, Mann. Ich kriege so platt, Mann. Ich kriege durch die Wand platt. Entschuldigung, dass ich gerade eben so ruhig war. Aber jetzt kommen wir schon gleich zum Grande Finale, Mann. Was hast du da für eine komische Burg? Wir können dir die Stürmstiefel benutzen, um da lang zu kommen. Oh ja, die Treppe, der Treppenaufgang zum Tor.